Das Therm-Tec Wild 650L im Vergleich zum Hick-Mikro-Condor CQ50L im folgenden Video. Das Therm-Tec Wild 650L und das Hick-Mikro-Condor CQ50L verfolgen beide das gleiche Konzept. Eine 50er Linse, ein 1024er Display, 18650 Akkus, 12er Pitch, 640er Sensor und ein Laserentfernungsmesser. Es gibt rein aus den technischen Daten nur sehr geringe Unterschiede bei der Sensorsensitivität, dem Seefeld und der optischen Vergrößerung. Der größte Unterschied ist die Batterielaufzeit. Beim Hick-Mikro 4 Stunden, beim Therm-Tec satte 8 Stunden laut Hersteller. Wir haben extra nochmal bei Therm-Tec nachgefragt, aber die Angabe wurde bestätigt, dazu aber später noch mehr. Auch in der UVP nur ein sehr geringer Unterschied. Die 50mm Linse des Therm-Tec verfügt über eine klappbare Kunststoffabdeckung. Kurz darunter der Laserentfernungsmesser. Das gesamte Gerät ist mit einer stark ausgeführten Gummiarmierung mit weicher Haptik versehen. Mittig platziert und somit für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet die Aufnahmetaste, der Joystick, die Fokussierwalze und der Ein-Ausschalter. Die Scharfeinstellung geschieht nicht mehr wie üblich über das Objektiv, sondern über die angesprochene Fokussierwalze. Das bedeutet, ihr könnt das Gerät mit nur einer Hand steuern, was wirklich ein absoluter Mehrwert ist. Die Joystick-Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig und erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Die Dioptrineinstellung wird anhand eines gerippten und gummierten Rings umgesetzt. Das Gerät verfügt rechts und links über Anbindungspunkte für den Riemen bzw. die Handschlaufe. Zur Stromversorgung dient ein 18650 Wechselakku. Laut Hersteller soll ein Akku 8 Stunden durchhalten, wobei das immer von der Außentemperatur und internen Einstellungen abhängig ist. Seitlich ein USB-Typ-C-Anschluss und auf der Unterseite ein Stativgewinde zur festen Montage und somit wackelfreien Beobachtung. Zwei Akkus, ein Ladegerät, zwei Riemen, eine Handschlaufe, zwei USB-Kabel, ein Reinigungstuch und eine wirklich robuste Tragetasche sind im Lieferumfang. Schauen wir uns noch das HIC-Mikro Condor im Detail an. Die 50mm-Linse des HIC-Mikro wird von einer Gummiabdeckung mit Fangschnur geschützt. Kurz darunter sehr dezent und formschön der integrierte Laserentfernungsmesser. Das ergonomisch geformte Gehäuse ist auf der Ober- und Unterseite gummiarmiert und soll dadurch das Handling noch einmal verbessern. Auf der Oberseite finden sich vier erhabene und wie bereits erwähnt gummierte Tasten, die zur Steuerung dienen. Durch die mittige Anordnung auch hier gut für Rechts- und Linksänder zu gebrauchen. Die Schafeinstellung des Bildes geschieht klassisch über einen gummierten und kräftig gerippten Objektivring. Das gleiche auch beim Dioptrienausgleich. Hier jedoch nur auf der rechten Seite Anbindungspunkte für die Handschlaufe. Auch beim HIC-Mikro findet ein 18650 Akku Verwendung. Die Laufzeit wird vom Hersteller mit vier Stunden angegeben, realistisch sehen wir aber eher zwei Stunden. Auch kann schon vorher die Funktion des Entfernungsmessers ausfallen, falls die Spannung nicht mehr ausreicht. So jedenfalls unsere Erfahrungen aus der Praxis. Unterhalb noch eine Stativaufnahme und ebenso seitlich ein USB-Typ-C-Anschluss. Drei Akkus im Lieferumfang, was aufgrund der recht kurzen Laufzeit auch sehr sinnvoll ist. Ein Ladegerät, USB-Kabel und eine Schutzhülle. Der Lieferumfang fällt im Vergleich zum Therm-Tec also etwas schmäler aus. Natürlich waren wir mit beiden Geräten auch wieder unterwegs, um euch zum einen die optische Leistung und zum anderen das Seefeld näher zu bringen. Wie immer nutzen wir unseren 3D-Keiler zur Präsentation des Seefeldes auf 50, 100 und 150 Meter. Bitte nicht zu sehr auf die Abbildung des Keilers achten, denn es ist schließlich ein Dummy, der keine Körperwärme abgibt. Diese Aufnahmen dienen dem Seefeld, aber auch das Gelände kann beurteilt werden. Hier fällt auf, dass beim HIC-Mikro die Grasfläche im Vordergrund etwas verwaschen wirkt. Das Therm-Tec liefert etwas mehr Details, aber wir lassen diese Aufnahmen einfach mal ein wenig auf euch wirken. Ein Kolbenhirsch auf etwa 40 Meter. Die Kontur des Hirschs wird eigentlich von beiden Geräten sehr gut dargestellt und auch die Bewegungen wirken sehr natürlich. Beim Therm-Tec wirkt das Ganze aber ein wenig plastischer, da die Wärmequelle stärker heraussticht und sich vom Hintergrund deutlicher abhebt. Bei der Bildschärfe fällt auf, dass über das gesamte Bild des SIC-Mikro eine gute Schärfe erreicht wird. Beim Therm-Tec fällt der Hintergrund etwas in die Unschärfe, wenn wir hier die Hirsche im Vordergrund fokussiert sind. Gerade auf kurze Distanzen ist dies ausgeprägter als bei weiten Entfernungen. Die Geräte sind in der Fokussierung also etwas anders abgestimmt. Hierdurch erreicht man aber beim Therm-Tec eine höhere Schärfe auf dem Objekt, das priorisiert beobachtet wird. Man muss jedoch immer etwas mehr justieren, wenn beispielsweise mehrere Wärmequellen auf verschiedene Distanzen auf der Fläche stehen. Hier auf etwa 70 Meter wird die etwas bessere Bildschärfe nochmals deutlich. Das Wurzelwerk, Gräser, Erhebungen und Vertiefungen werden beim Therm-Tec plastischer dargestellt. Auf weite Entfernungen verliert sich der Effekt der Unschärfe. Das Bild des Therm-Tec ist sehr definiert und auch das HIG-Mikro liefert eine gute Leistung. Aber welches Bild sagt euch mehr zu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Achten wir rechts oben auf den Akku, hat das HIG-Mikro bereits einen Balken eingebüßt. Der Akku des Therm-Tec ist noch nahezu voll. Die Angabe des Herstellers ist also nachvollziehbar und das Gerät hat wirklich einen sehr geringen Stromverbrauch. Der Entfernungsmesser des HIG-Mikro lief absolut störungsfrei und brachte nachvollziehbare Ergebnisse. Die Wärmesignaturen ließen sich mit der Zielmarke problemlos anvisieren, um so eine genaue Messung zu erhalten. Auch das Therm-Tec-Gerät ließ, was die Entfernungsmessung anging, keine Wünsche offen. Auch hier konnte die Zielmarke sauber auf der Wärmesignatur platziert werden und das Gerät gab nachvollziehbare Werte aus. Wer ein Wärmebildgerät mit hoher optischer Performance und integriertem Entfernungsmesser sucht, wird bei Therm-Tec oder HIG-Mikro fündig. Beide Geräte lieferten sehr gute Bilder, wobei das Therm-Tec mit etwas mehr Details glänzen konnte. Die Steuerung anhand des Joysticks erfordert zugegeben etwas Fingerspitzengefühl, geht dann aber auch recht schnell von der Hand im Vergleich zu einer reinen Tastensteuerung. Die Einhandbedienung über die Fokussierwalze ist aber ein absoluter Mehrwert. Die Integration des Laserentfernungsmessers ist vom Design beim HIG-Mikro schöner gelungen als beim Therm-Tec. Beide konnten aber in Bezug zur Messung auf ganzer Linie überzeugen. Die Form des HIG-Mikro ist etwas aufwendiger gestaltet und ergonomischer. Die runde Form des Therm-Tec geht natürlich auch in Ordnung, ist aber schon etwas massiger. Bei der Akkuleistung konnte das Therm-Tec kompromisslos mit sehr wenig Stromverbruch überzeugen im Vergleich zum HIG-Mikro. Dafür legt aber HIG-Mikro gleich drei Akkus in den Lieferumfang. Solltet ihr weitere Fragen zu einem dieser Geräte haben, könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ob ihr schon selbst Erfahrungen mit einem der beiden Geräte sammeln konntet. Bis dahin ein kräftiges Weidmannsheil vom Active Funding Team. Sögerlich Untertitelung des ZDF, 2020